Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Damen und Herren. Wir verbinden Menschen. 300 Millionen Kundinnen und Kunden. Dafür steht unser Tee. Gemeinsam mit den beiden Quadraten links und rechts. Sie stehen für ein starkes Europa und sie stehen für ein starkes USA-Geschäft. Wir bleiben uns treu. Zugleich erfinden wir uns immer wieder neu. Und das zeigen wir. Wir haben unser Logo in diesem Jahr leicht verändert, aber das Tee bleibt stabil. Es ist stabil. Es drückt seit Jahren aus, wer wir sind. Ein verantwortungsvolles Unternehmen, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ein Stabilitätsanker, gerade in unsicheren Zeiten. Stabilität ist auch das Thema meiner heutigen Rede. Und dazu fünf Punkte. Erstens. Die Deutsche Telekom steht für stabile Netze. Unsere Strategie ist seit Jahren immer dieselbe. Wir investieren mehr als unser Wettbewerb. Darum sind wir überall führend in den Netztest, bei 5G und auch bei Glasfaser. Mit unseren Netzen waren wir das digitale Rückgrat, auch gerade in der Pandemie. In allen unseren Märkten waren unsere Netze in der Krise immer stabil. Jetzt geht es weiter. Unser Motto, unser Missen ist, wir sind erst dann zufrieden, wenn alle Hashtag dabei sind. Und wir werden weiter zweistellige Milliardenbeträge in das führende 5G-Netz und das führende Glasfasernetz stecken. Also FTTH, Fiber to the Home, wie die Fachwelt es heute nennt. Wir bauen 10 Millionen Haushalte in Europa und deutlich mehr als 10 Millionen Haushalte in Deutschland alleine bis 2024. Der Pandemie zum Trotz. In Deutschland hatten wir für das vergangene Jahr 1,2 Millionen neue Glasfaseranschlüsse angekündigt. Und das haben wir übrigens auch komplett geschafft. Das war eine Verdopplung der Kapazität. Und ich sage Ihnen auch, wir werden nochmal verdoppeln. In diesem Jahr werden wir über 2 Millionen Glasfaseranschlüsse bis ins Haus hier in Deutschland alleine errichten. Und das nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Das Projekt, unser Dorf soll schneller werden, läuft. Und bis 2030 bauen wir mehr als 8 Millionen Glasfaserhaushalte alleine in den ländlichen Gebieten aus. Und damit es noch mehr werden, haben wir uns mit einem australischen Investor zusammengetan, IFM, und ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Es heißt übrigens passend Glasfaser Plus. Gemeinsam bauen wir bis 2030 4 Millionen Anschlüsse auf dem Land zusätzlich. Insgesamt also 12 Millionen Anschlüsse für den ländlichen Raum. Fortschritt, aber auch im Mobilfunk. Wir haben im vergangenen Jahr alleine in Deutschland 1.400 neue Masten aufgebaut. Mehr als unser Wettbewerb, signifikant mehr als unser Wettbewerb. Wir schließen damit immer mehr weiße Flecken. Und das übrigens mit der modernsten Technologie. Mit 5G versorgen wir in Deutschland mittlerweile 91 Prozent der Bevölkerung. Und in den USA sind es sogar schon für dieses riesige Land 94 Prozent. Das Fazit ist also, wir haben nicht nur in das stabilste Netz investiert, wir haben außerdem das schnellste Netz. Mein zweiter Punkt zur Stabilität. Die Deutsche Telekom schaut voraus. Stabilität bedeutet Risiken erkennen, Risiken abwägen und Risiken minimieren. Wenn es um unser Geschäft geht, sind wir paranoid. Wir beobachten technologische Trends, Entwicklungen im Wettbewerb, politische Rahmenbedingungen ganz genau und dann handeln wir danach. Beispiel. Die Energiepreise. Wir haben keinen Anstieg der Energiepreise. Warum nicht? Weil wir unsere Energiepreise alleine in Deutschland für dieses Jahr mit 85 Prozent abgesichert haben. Sie sind fix. Für das kommende Jahr haben wir bereits 75 Prozent unserer Preise auf niedrigem Niveau abgesichert. Das heißt, die Preissteigerungen, die wir gerade erfahren, tangieren uns kaum. Wir haben eine eigene Preisbremse sehr früh eingebaut. Nächstes Beispiel. Lieferketten. Im vergangenen Jahr mussten viele Unternehmen, siehe die Automobilindustrie, ihre Produktion zurückfahren. Ganz einfach, weil die notwendigen Chips ein kleines Teil fehlte. Das sind die Computerbauteile, ohne die heutzutage alles stillsteht. Vom Radio bis zum Auto. Wir waren davon fast überhaupt nicht betroffen. Unsere Lieferverträge haben sehr lange Lieferzeiten und wir haben es geschafft, dass alle Kundinnen und Kunden bekommen haben, was sie gebraucht haben. Drittes Beispiel. Konjunktur. Der Wettbewerb in unserer Industrie ist und bleibt hart. Seit 2015 ist der Verbraucherindex für Telekommunikationsdienste gegen den allgemeinen Trend gesunken. Und zwar um minus 5,7 Prozent. Wir produzieren also immer mehr Daten, immer mehr Sprachdienste für immer weniger Geld. Die Preise sinken. Und darum arbeiten wir permanent auch daran, vorausschauend unsere Kosten zu optimieren. Und wir arbeiten an neuen Geschäftsmodellen. Gleichzeitig haben wir mit unserem Geschäftsmodell aber Glück. Denn es ist ein extrem stabiles Geschäftsmodell in unseren Zeiten. Wir verbinden Menschen. Und darauf verzichten unsere Kundinnen und Kunden auch in schwierigen Zeiten als allerletztes. Nächstes Beispiel, wo wir vorgeschaut haben, ist bei der Verschuldung. Die liegt aktuell bei 130 Milliarden Euro. Zugegeben, das ist eine Riesensumme. Zinsen zahlen wir allerdings nur für 100 Milliarden Euro. Das sind sozusagen die echten Schulden, die zinstragenden Schulden. Zwei Drittel davon entfallen übrigens auf die USA und kommen mit der Übernahme der Sprint. Sie sitzen auch in den USA. Aber auch hier haben wir vorgebaut. Wir haben mit Laufzeiten von über zehn Jahren und mehr landfristig niedrige Zinsen gesichert. Nimmt man die Gesamtschulden, liegt das Verhältnis zu unserem Ergebnis bei circa drei. Wir bräuchten also drei Jahre, um unsere Schulden durch unser Geschäftsergebnis zurückzuzahlen. Die Schulden sollen aber in einem Bereich bei 2,25 bis 2,75 des bereinigten Ergebnisses liegen. Und das wollen und das werden wir bis Ende 2024 auch wieder erreichen. Risiken minimieren wir auch bei unserem Portfolio, also unseren Beteiligungen. Wir haben aufgeräumt, zum Beispiel das Festnetz in Rumänien verkauft. Und wir haben den Wert gesteigert, zum Beispiel in den Niederlanden. Unser Geschäft dort lief schlecht. Hätten wir es 2018 verkauft, hätten wir sehr wenig dafür bekommen. Gutes Unternehmertum bedeutet für mich aber nicht, schwache Geschäfte einfach zu verramschen, wenn ich damit Probleme habe, sondern gutes Unternehmertum bedeutet, diese Geschäfte zu reparieren und sie fit zu machen. Und deswegen haben wir in den Niederlanden Tele 2 übernommen. Wir haben die Firma integriert, dann haben wir das beste Mobilfunknetz in den Niederlanden aufgebaut und wir haben neue Preisangebote gemacht. Jetzt, meine Damen und Herren, haben wir für die T-Mobile einen Unternehmenswert von 5,1 Milliarden Euro realisieren können und den Wert für Sie, liebe Aktionäre und Aktionäre, seit 2018 mehr als verdoppelt. Weiter hervorragend entwickelt sich der Zusammenschluss mit Sprint in den USA. Wir sind schneller unterwegs als geplant. Zum Beispiel auch beim Netz. Wir machen in diesem riesigen Land aus zwei großen Netzen ein großes, starkes Netz. Und das schaffen wir in zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre. Wir fassen dafür jede Woche 1000 Antennen an und integrieren die. Nur mal im Vergleich zu geben. O2 hat in Deutschland fünf Jahre gebraucht, um sein Netz mit dem von E-Plus zusammenzuführen. Bei unserer Fusion ist 1 plus 1 nicht 2, sondern aktuell 3,8. Denn 3,8 Milliarden Dollar sind die Vorteile bei den Kosten, die wir seit dem Zusammenschluss der beiden Firmen bereits erzielt haben. Das sind die sogenannten Synergien, die wir heute schon haben. Wir hatten Ihnen ursprünglich gesagt, wir erwarten aus dem Zusammenschluss jährliche Einsparungen von 6 Milliarden Dollar. Jetzt gehen wir davon aus, dass es nicht 6 sein werden, sondern 7,5 Milliarden Dollar, die wir pro Jahr aus dem Zusammenschluss mehr verdienen werden. Sie können sich momentan wirklich freuen über die Deutsche Telekom. Auch auf dem Weg zur Aktienmehrheit sind wir jetzt auf der letzten Etappe. Wir haben im vergangenen Jahr 45 Millionen Aktien der T-Mobile US von Softbank, unserem Partner, erworben. Und zwar in Form einer Kapitalerhöhung, also ohne neue Schulden bei der Telekom-Mutter zu machen. Unser Anteil an der T-Mobile beträgt nun 46,8 und ich sage Ihnen, wir werden in Kürze die 51 Prozent, die sichere Kontrollmehrheit, wiederhaben. Softbank hat im Tausch gegen die T-Mobile-Aktien 225 Millionen Aktien der Deutschen Telekom erhalten. Und jetzt hören Sie genau zu. Und zwar für 20 Euro für die Telekom-Aktien. 13,6 Prozent über dem Schlusskurs von gestern, der bei 17,61 Euro lag. Daran sehen Sie, auch der weltweit größte Technologie-Investor vertraut in die Zukunft ihres Unternehmens. Er rechnet mit steigendem Aktienkurs. Warum sollte er sonst bereit sein, ein derartiges Premium für die Deutsche Telekom-Aktie zu bezahlen? Klammer auf, Premium bei einer Kapitalerhöhung, Klammer zu. Wie sieht es bei unseren Funktürmen aus? Sie lesen viel in der Zeitung darüber. Bereits 2002 haben wir dieses Geschäft in eine eigenständige Tochterfirma verlagert und seither weiterentwickelt. Mittlerweile baut die Deutsche Funkturm nicht nur die Funktürme für uns, sondern auch für andere Netzbetreiber auf. Dieses Infrastrukturgeschäft, und es geht hier nicht um die Netze, ein reines Infrastrukturgeschäft ist allein im vierten Quartal 2021 um 13 Prozent gewachsen. Und wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist im Funkturmmarkt derzeit viel Bewegung. Die Anlagen für Funktürme wegen ihrer Langfristigkeit sind hochattraktiv, denn sie versprechen dauerhafte und gute Renditen. Immer wieder werden wir gefragt, was macht ihr nun mit dem Turmgeschäft? Die Antwort ist, wir schauen uns das momentan in Ruhe an. Wir haben hier eine Schlüsselposition für den europäischen Markt, weil wir der Größte sind. Und das Interesse an unseren Funktürmen ist derzeit gewaltig. Aber wie immer gilt, mit wem wir uns auch zusammentun am Ende des Tages, wir machen keine schlechten Deals. Ich komme zu meinem dritten Punkt, der die Stabilität der Telekom ausmacht. Die Deutsche Telekom wird digitaler. Wir erleben alle derzeit eine politische Zäsur. Jahrelang galt das Motto Wandel durch Handel. Deutschland hatte gehofft, dass es mit seinen Produkten auch seine Werte exportieren kann. Dass also Handel auch einen Beitrag leistet zu Demokratie, Freiheit und Frieden. Ich hoffe das übrigens immer noch. Und so wie bei der Europäischen Union das auch funktioniert, denn sie ist beides. Sie ist ein Wirtschaftsprojekt, aber sie ist vor allem auch ein Friedensprojekt. Leider stellen wir fest, Wandel durch Handel funktioniert nicht immer. Die Lieferketten der Welt sind stärker verwoben, als es die Zivilgesellschaften heute sind. Demokratien sind leider eben nicht die Regel. Und damit müssen wir einen neuen Umgang lernen. Auch als Gesellschaft, aber vor allem auch als Unternehmen. Klar ist, bei Stabilität hilft, auf eigenen Beinen zu stehen. Und sich nicht auf andere abstützen zu müssen. Die Telekom arbeitet darum, daran seit Jahren unabhängig von Lieferanten zu sein. Und darum unterstützen wir zum Beispiel im Mobilfunk das sogenannte Open RAN. Das ist eine offene Technologie, bei der die Antennen für unser Mobilfunknetz von verschiedenen Herstellern problemlos untereinander austauschbar sind. Wir wollen auch und sind schon viel unabhängiger geworden von chinesischen Lieferanten. In Zukunft können wir Antennen in Südkorea, in Japan, in den USA oder auch bei den europäischen Lieferanten kaufen. Und das schafft für uns mehr Unabhängigkeit. Im Festnetz sind wir da noch viel weiter. Und Digitalisierung ist da ganz entscheidend. Wir kaufen auf den Weltmärkten die jeweils beste Technik ein. Immer öfters ist das Standardware und damit auch günstig. Denn die bauen viele für viele und für die Intelligenz dieser Technik sorgen wir zum größten Teil selbst. Hier in unserem Unternehmen. Zugleich dirigieren wir das Orchester dieser verschiedenen Geräte selbst mit hervorragenden Ingenieuren bei der Deutschen Telekom, die die entsprechende Software dafür selber entwickeln. Unser Taktstock dafür sind Computerprogramme. Die entwickeln wir nicht unbedingt in der Garage, aber zum Beispiel in einem Technikgebäude hier in Bonn. Und das habe ich gerade erst kürzlich besucht. Da arbeiten unsere Telekom-Tüftler. Sie bauen das sogenannte Access 4.0-Netz. Den Zugang der Zukunft. Das ist die Stelle, an der die vielen Leitungen der einzelnen Haushalte zusammenlaufen und von dort über Software in das Internet eingespeist werden. Und was dort passiert, meine Damen und Herren, ist wirklich beeindruckend. Ich könnte vom Magenta Valley hier in Bonn sprechen. Denn vieles, was bislang Handarbeit war, wird dank modernster Software automatisiert und dadurch deutlich effizienter. Fehler, zum Beispiel im Netz, werden ganz schnell erkannt und automatisch durch künstliche Intelligenz behoben. Das Netz wird also noch mal stabiler und gleichzeitig wird es noch mal effizienter. Außerdem können wir neue Funktionen im Netz sehr viel leichter einbauen, quasi auf Knopfdruck und zeitgleich überall. Das ist ein echter Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch ein Vorteil als europäischer Betreiber von vielen Infrastrukturen, weil wir die Software nicht nur in Deutschland einsetzen, sondern dann in allen unseren Landesgesellschaften verwenden können. Neulich saß ich abends beim Tatort. Da kam ein Videoanruf rein. Meistens ist das Thorsten Langheim übrigens. Ich musste ans Handy und ich dachte, praktisch wäre jetzt, wenn ich jetzt den Fernseher einfach weiterlaufen ließe und direkt den Anruf auf dem Fernseher empfangen könnte. Mein Film stoppt in der Zwischenzeit und ich kann nach dem Gespräch weiter schauen, wo ich aufgehört habe. Auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint das Bild des Gesprächspartners, mit dem ich telefoniere. Meine Damen und Herren, es ist keine Zukunftsmusik. Genau an diesem Thema arbeiten meine Kolleginnen und Kollegen in den Laboren momentan, um es in den Markt zu bringen. Die technische Voraussetzung dafür sind die Analyse von Daten und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. In unserem Kundendienst gibt es auch dafür schon sehr viele praktische Beispiele. Vielleicht haben Sie es auch schon selber ausprobiert. Ich war im Kundencenter und normalerweise geht enorm viel Zeit verloren, dass der Kunde beim Anruf sich erstmal ausweisen, registrieren lassen muss. Aber bei dem Anruf, den ich entgegengenommen habe, war das überhaupt nicht mehr erforderlich. Denn der Kunde hatte einen Stimmabdruck von sich bei uns hinterlegt. Eine künstliche Intelligenz hat das abgeglichen und den Kunden anhand der Stimme einwandfrei identifiziert. Und wir konnten dann direkt loslegen mit einer Frage zu seinem Vertrag. Und das war ganz im Sinne des Kundens, der viel Zeit gespart hat. Eine Million Kunden alleine in Deutschland haben bereits ihren Stimmabdruck hinterlegt. Und insgesamt haben wir mit dieser Technik 14.000 Stunden Gesprächszeiten in unseren Service-Centern bis heute eingespart. Digitalisierung ist also ein wichtiger Grund, warum unser Service immer besser wird und übrigens immer besser geworden ist. Aus Frust mit der Telekom ist in vielen Fällen Lust auf die Telekom geworden. Die Zeitschrift Connect hat uns gestern sogar mit dem FC Bayern München verglichen, hoffentlich nicht mit gestern Abend, der ja stolz unser Tee trägt. Denn zum elften Mal in Folge haben wir bei der Connect zum elften Mal in Folge bei der Connect nicht nur die Meisterschale für das beste Netz gewonnen, sondern auch den Test für den telefonischen Kundendienst und so weiter und so weiter und so weiter. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Die Deutsche Telekom gibt auch anderen Stabilität. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Erfahrung in den Krisen der vergangenen Monate ist, anderen Halt zu geben, gibt uns auch selbst im Unternehmen Halt. Stabilität wirkt also nicht nur nach außen, sondern sie wirkt vor allem auch nach innen. Und darum ist der Zweck von Unternehmen nicht allein den Gewinn zu maximieren, sondern erfolgreiche Unternehmen schaffen Wert für alle. Sie schaffen das für die Aktionärinnen und Aktionäre, für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und für die Umwelt. Alles gehört zusammen in das Zielbild, was unternehmerisches Tun betrifft. The business of business ist eben nicht nur Business, wenn ich Milton Friedman hier zitieren darf. 312 Millionen Euro hat die Telekom 2021 in die Hand genommen, um gemeinnützige Organisationen und Bedürftige zu unterstützen. Durch Spenden oder durch spezielle Tarife, Rabatte, die wir den Kunden gegeben haben, um in Verbindung zu bleiben. Aber vor allem helfen wir, wenn wir unseren Unternehmenszweck einfach sauber erfüllen. Menschen verbinden und digitale Lösungen für sie entwickeln. Dazu drei Beispiele. In der Corona-Krise haben wir die Warn-App gebaut. 57 Millionen Menschen sind über diese App bis heute gewarnt worden. Rund 11 Millionen Menschen hatten nach der Warnung auch einen positiven Test. Sie konnten also frühzeitig in Quarantäne gehen. Die Warn-App hat so geholfen, dass nicht noch mehr Menschen krank geworden sind. Jetzt entwickelt T-Systems eine weitere Anwendung. Die Weltgesundheitsorganisation digitalisiert den internationalen Impfpass für 196 Länder. Und die Technologie für den Nachweis der Echtheit dieser Zertifikate liefert Ihre Telekom hier die T-Systems. Damit können Sie auch im Ausland alle Ihre Impfungen zukünftig in allen Ländern nachweisen. Zweites Beispiel. Die Flut an der Ahr oder in anderen Gebieten. In solchen Situationen zeigt sich der Charakter und die Stärke unserer Unternehmensstruktur. Da muss ich überhaupt keine Ansage machen in diesem Unternehmen. Sondern unsere Teams organisieren sich in Blitzesgeschwindigkeit von selbst. Sie sind sofort raus. Sie sind sofort vor Ort und sie helfen sofort. So ist es uns gelungen, die Infrastruktur schnellstmöglichst im Ahrtal wieder aufzubauen. Nach acht Tagen hat die komplette Mobilfunkversorgung im Ahrtal wieder funktioniert. Im Festnetz haben wir 100.000 Anschlüsse wieder installiert und wieder fest verdrahtet. Und dort, wo das Netz komplett zerstört war, bauen wir jetzt nur Glasfaser bis ins Haus. Wir sind weiter, jeden Tag vor Ort für die Menschen dort präsent. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, besonders erschütternd und besonders erschüttert sind wir, alle sicherlich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die weltweite Solidarität ist ermutigend, aber Solidarität alleine reicht nicht, sondern handeln zählt. Und für uns war klar, dass wir mit dem helfen, was wir am besten können. Sicherstellen, dass die Geflüchteten immer in Kontakt sind zu ihren Angehörigen. Wir haben darum umgehend dafür gesorgt, dass Telefonie und SMS in die Ukraine und auch hier in den Gebieten, wo die Geflüchteten sind, für alle Ukrainer kostenlos ist. Wir haben bis heute 650.000 SIM-Karten zur Verfügung gestellt, damit die Menschen in Kontakt bleiben. Und das übrigens nicht nur an den Grenzen, sondern in all unseren Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen oder direkt an der ukrainischen Grenze sind, Beispiel Ungarn, Beispiel Polen, Beispiel Rumänien, Beispiel Slowakei und natürlich auch hier in Deutschland. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, die Deutsche Telekom wird auch weiterhelfen. Wir wollen Geflüchteten eine Perspektive in Deutschland geben, mit Praktikumsplätzen und auch mit festen Stellen, so wie wir das 2015 und 2016 schon mal mit den Menschen aus Syrien gemacht haben bei uns im Unternehmen. Perspektiven bieten wir auch Kolleginnen und Kollegen aus unserem bisherigen Standort in Russland. Wir hatten dort ungefähr 2000 Softwareentwickler, die für uns sehr gut gearbeitet haben. Sie können nun von anderen Ländern für uns tätig sein. Und meine Damen und Herren, ein Großteil der Beschäftigten hat dieses Angebot angenommen und Petersburg und andere Stationen verlassen und ist jetzt im Westen bei uns untergekommen. Dort arbeiten die Menschen jetzt für die Deutsche Telekom weiter. Ich finde das eine zutiefst menschliche Lösung. Und niemand im Management der Deutschen Telekom hat hier verzögert reagiert, den Standort zu schließen. Wir haben schlichtweg es sauber organisieren wollen, aus einer Organisation, aus einer Struktur heraus, die Menschen zu überführen, als Hals über Vollkopf Russland zu verlassen. Meine Damen und Herren, die Deutsche Telekom liefert stabiles Wachstum. Und Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern Wachstum, meine Damen und Herren, ist Voraussetzung dafür, dass wir unserer Verantwortung bestmöglich nachkommen können. Nur stabile, nur gesunde Unternehmen können auch anderen helfen. Nur stabile Unternehmen können investieren in Infrastruktur, so wie wir das aktuell tun. Letztes Jahr über 18 Milliarden, dieses Jahr über 19 Milliarden Investitionen in Infrastruktur. Fast 6 Milliarden Euro gehen davon alleine in die deutsche Infrastruktur. Unternehmerischer Erfolg und gesellschaftlicher Mehrwert gehören unmittelbar zusammen. Und darum danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr extrem hohes Engagement und ihren Einsatz im 2021, in den vergangenen Monaten und gerade auch jetzt. Und jetzt, meine Damen und Herren, lauschen Sie genau. In Deutschland wachsen wir seit 21 Quartalen in Folge. In Europa wachsen wir seit 16 Quartalen in Folge. Und in den USA sind wir, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, seit wie vielen Quartalen wir dort die Nummer 1 sind, durch den Zusammenschluss mit Sprint in eine ganz andere neue Dimension vorgeschoben. Auch dort wachsen wir. Das vergangene Jahr war für die Deutsche Telekom wieder ein extrem erfolgreiches. Umsatz, 7,7 Prozent Wachstum. Die Deutsche Telekom macht jetzt 109 Milliarden Euro Umsatz. Operatives Ergebnis, plus 6,6 Prozent. 37,3 Milliarden Ergebnis. Bereinigter Konzernüberschuss, plus 2,6 Prozent. Wir haben 5,9 Milliarden Euro am Ende des Tages verdient. Frei verfügbare Mittel, plus 40 Prozent. 8,8 Milliarden Euro. Und das trotz der Rekordinvestitionen von über 18 Milliarden Euro. Auf Basis dieser Erfolge schlagen wir Ihnen heute eine Dividende von 64 Cent pro Aktie vor. Die Aktienrendite, also die Kombination aus Aktienkurs und Dividende liegt für 2021 bei satten 12,9 Prozent für Sie als Deutsche Telekom-Aktionäre. Ich denke, das ist eine gute Verzinsung gewesen. In den kommenden Jahren wollen wir nicht nur eine stabile Dividende zahlen, sondern auch die Dividende soll weiter wachsen. Sie soll 40 bis 60 Prozent unseres bereinigten Ergebnisses je Aktie betragen. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert pro Aktie bei 1,22 Euro. Wir rechnen damit, dass mit den Synergien und den guten Geschäftsentwicklungen in Europa wir bis 2024 mit einem bereinigten Ergebnis von mindestens 1,75 Euro je Aktie ausgehen dürfen. Unsere frei verfügbaren Mittel sollen sich von 10 Milliarden Euro Cashflow in diesem Jahr auf dann 18 Milliarden Euro erhöhen. Als ich hier angefangen habe, waren es übrigens knappe 4 Milliarden. Woher soll all dieses Wachstum kommen? Und dafür haben wir uns eine neue Strategie gegeben. Und das Schlüsselwort dafür lautet Digitalisierung. Wir wollen das führende digitale Telekommunikationsunternehmen sein. Kurz drei Beispiele dafür, mit denen wir hier wachsen wollen. Erstens führend beim digitalen Leben und Arbeiten. Dafür steht unser tadelloser Service. Dafür stehen unsere Netze. Schauen wir in die USA. Dort haben wir in einem Markt, damit haben wir einen Marktanteil heute von 30 Prozent. In den größten Märkten sind wir Marktführer. Aber in den ländlichen Gebieten haben wir nur einen Marktanteil von 10 bis 15 Prozent. Aber dort leben 120 Millionen Menschen. Und für die bauen wir gerade ein leistungsfähiges 5G-Netz auf, das allen anderen Netzen in den USA deutlich überlegen ist. Made in Germany. Und damit können wir neue Kunden wachsen und gewinnen. Zweitens führend bei Geschäftskundenproduktivität. Ein wichtiges Thema ist hier die Sicherheit in den Infrastrukturen und den Netzen. Aktuell übrigens beobachten wir keine vermehrten Hackerangriffe, zum Beispiel aus Russland oder aus anderen Regionen. Aber wir bereiten uns trotzdem vor und wir sind vorbereitet. Denn die Deutsche Telekom hat hier früh Verantwortung gesehen. Und wir haben auch früh einen Markt erkannt, der jetzt umso wichtiger geworden ist. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mittlerweile in Deutschland und Europa mit dem Schutz unserer Kunden beschäftigt. Sie sichern 10.000 Großrechner ab und insgesamt 100.000 IT-Arbeitsplätze. Die Telekom leistet hier einen extrem wichtigen Beitrag zur Stabilität der europäischen Wirtschaft insgesamt. Und das Thema wird weiter an Bedeutung gewinnen. Drittes Beispiel Magenta-Vorteil. Wachsen wollen wir zusätzlich in neuen Geschäftsfeldern, auch jenseits unseres Netzes. Wir haben die Reichweite dafür, außerhalb des Kerngeschäftes mit unserem Kundenbestand für Dinge zu begeistern. 300 Millionen Kunden, 250 Millionen Kunden im Mobilfunk, denen wir aktuelle, interessante digitale Angebote machen können. Den Zugang dafür schaffen wir durch den weltgrößten Software- und Technologiefonds SoftBank, der uns ganz neue Perspektiven in der Partnerschaft ermöglicht. SoftBank ist an so vielen innovativen Unternehmen beteiligt. Und wenn unsere Kunden das wollen, können wir ihnen diesen Vorteil verschaffen. Übrigens sowohl Privatkunden wie auch Geschäftskunden. Ich war letzte Woche gerade in den USA und bin noch immer im Jetlag, aber wir haben uns schlau gemacht, welche Technologie da auf uns zukommt. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Dynamik des Welles hat in Corona nichts an Energie verloren. Ganz im Gegenteil, sie hat sich eigentlich sogar beschleunigt. Wenn ich Technologien sehe wie Metaverse, also Computer, die künstliche Welten generieren, welche Chancen wir im Blockchain haben und welche Möglichkeiten Quantum Computing, Quantum Netze oder neue Verschlüsselungstechnologien für uns bringen werden, dann sage ich Ihnen, das digitale Ökosystem wächst enorm weiter auf. Und es ist schön zu sehen, dass die Geschäftsmodelle der großen Internetkonzerne jetzt auf einmal von neuen, innovativen Lösungen angegriffen werden. Und genau in diesem Konflikt bietet sich für die Deutsche Telekom eine enorme Chance. Und die digitale Dynamik, die hier entsteht, die gilt es in den kommenden Jahren auch für uns als Wachstumspotenzial zu nutzen. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wachsen wollen wir, wachsen werden wir. Aber Wachstum ist nicht stabil, wenn das Ökosystem kippt. Wachstum darf nicht weiter zu Lasten der Umwelt gehen. Und darum nehmen wir dieses Thema sehr ernst. Ich habe unseren Bereich Nachhaltigkeit jetzt in meine Zuständigkeit geholt. Und damit hier keiner in dem Unternehmen wackelt oder dass keiner im Unternehmen falsche Kompromisse macht, hängt jetzt auch die Bezahlung unserer leitenden Angestellten von unserem Erfolg ab, ob wir unsere Nachhaltigkeitsziele zukünftig erreichen. Das gilt nicht nur für die Vermeidung von CO2. Bis 2040 werden wir klimaneutral sein. Und das übrigens Grupp 1, 2 und 3. Sondern es gilt zum Beispiel auch für die Vermeidung von Plastik. Ab Sommer verpacken wir alle neuen Endgeräte umweltfreundlich. Im Hintergrund sehen Sie, wie wir unsere Router früher verpackt haben und wie das heute mit komplett recyceltem Material aussieht. Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Angriffskrieg auf die Ukraine, Pandemie, Klimakatastrophe, ein Auseinanderbrechen der Welt in eine westliche und in eine östliche Hemisphäre, massive Veränderungen durch die Digitalisierung. Seit ich denken kann, hat es nicht so viele Unsicherheiten gegeben wie aktuell. Veränderung ist kein steter Tropfen mehr, sondern alles prasselt gleichzeitig auf uns ein. Auf Sie, auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf uns alle. Welche Rolle spielt dabei ein Unternehmen? Welche Rolle spielt dabei die Deutsche Telekom? Das Wichtigste ist, das Tee wackelt nicht. Wir sind Anbieter der westlichen Welt. Mit zwei stabilen Säulen des Atlantiks, rechts und links, USA und Europa. Hier entwickeln wir unser Geschäft weiter. Selbstkritisch und immer mit dem Willen, weiter zu verändern. Weil wir nur so lernen und nur so besser werden. Aber wir tun das jetzt auch mit mehr Selbstbewusstsein. Weil wir unserer Stärken bewusst sind und weil uns unsere Stärken auch ein Stück weit Halt geben. Wir verbinden Menschen immer und überall. Und wir sorgen dafür, dass die höchste Sicherheit im Netz gewährleistet ist. Wir sichern Risiken ab und wir nutzen Chancen. Wir digitalisieren uns und wir digitalisieren andere. Und bei all dem stehen wir ein für unsere Werte. Bodenständig und anständig. Das ist das Tee. Es steht für Stabilität, weil wir zusammenstehen, aber niemals stillstehen. Wir sind erst dann zufrieden, wenn alle Hashtag dabei sind. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus